Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Pizza Beast Infinity. Heute ist Kabelmanagement, mein Kabel liegt nicht hier nämlich im Weg, nicht im Spiel, sondern im Real Life. Kacke. Wenn ich das aber hier oben langlege. Fuck, bin ich ein Genie. So, ich muss jetzt leider ein paar Folgen nacheinander aufnehmen, so bam, 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 nacheinander. Gib ihm. Genau, nacheinander aufnehmen, aus dem einfachen Grunde, ich werde in den nächsten Tagen wenig Zeit haben, weil meine Partnerin dann bei mir ist. Und wenn die bei mir ist, dann zocke ich nicht und nehme nicht auf. Außer sie pennt wieder endlos lang und ich dann nicht. Aber ist ein anderes Thema. Ich bin dann mehr so der Frühaufsteher und sie nicht. Dazu kommt noch, dass ich noch ein paar Sachen vorbereiten muss, weil am 10.11. kriege ich Besuch von einem Kollegen. Und mit dem habe ich da so ein paar Sachen vorbereitet, die ich dann mit ihm machen werde. Dann werden wir da uns neuen Rechner zusammenstellen für mich und werden diesen dann auch quasi, weil der dann irgendwann mal fertig sein sollte. Was, glaube ich, relativ zügig geht. Ähm, genau, wobei ich stehen geblieben? Genau. Ähm, dass ich mir neuen Streaming, also dass ich mir neuen Rechner kaufe, auch so für Streaming und so. Weil ich habe jetzt einen Rechner, der ist, glaube ich, ähm, lass mich lügen, lass mich lügen, 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 lügen. Den habe ich, glaube ich, 2005 gekauft. Müsste 5 gewesen sein, ja. Da ist halt ein Intel i5 Core drinne und ein paar Sachen, die man halt so nicht mehr verwenden wollen würde. Dieser wiederum wird dann meiner Schwester gegeben, weil die halt keinen hat. Und, ähm, dann, wenn alles steht und fertig ist, kommt halt auch eine Roomtour und... Muss ich ehrlich sagen, freue mich da schon so ein bisschen drauf. Weil ich jetzt, ich sag mal, gut Geld gespart habe, um mir einen neuen Rechner zu kaufen. Warum klappt der Bums nicht, ey? Okay, genau, weil ich gut Geld gespart habe, um mir einen neuen Rechner zu kaufen. Also wir sprechen hier bestimmt schon von 50 Euro. Nein, also ich habe halt mir halt so überlegt, dass, ähm, der neue Rechner dann so in dem, im Dreh, wenn ich wirklich gut dabei bin, zwischen 4.000, 5.000 Euro kosten soll. Weil es wird dann wahrscheinlich auch der letzte Rechner, den ich kaufe, wie ich schon mal erwähnt habe. Ähm. Ähm, Nuggets, ich hasse Nuggets. Ähm, genau, wird dann der letzte Rechner, den ich kaufe. Der wird dann aber halt auch ein paar Jährchen, sag ich jetzt mal, halten. Und, ähm, holen wir dann halt neue Bildschirme dazu und, ähm, von allem pipapo so ein bisschen was, ne? Oh, nicht Steine, bitte. Genau, damit ich halt einfach jetzt mal auch wieder so ein bisschen besser zocken kann. Weil jetzt, ich zocke Fortnite, Rechner so. Cool, cool, cool. Aber ey Bruder, ist nicht. Ist zu schwer. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Komm her. Bruder, komm zurück. Wo ist er hin? Da ist er. Komm her, Alter, komm. Lass boxen, lass boxen. Komm ran, Alter. Oh, renn dich immer weg, du Mädchen. Lass boxen, Junge, komm. Wo ist er? Lass boxen. Nice, gib mir ein Gesicht, gib mir ein Gesicht. Fuck you. So, wo war ich denn im Team? Genau, da werde ich dann halt so für den Rechner so, ja, 4.000 bis 5.000 Euro ausgeben, war halt so mein Budget. Werde mir dann halt zwei neue Monitore kaufen. Tastatur, Maus vielleicht noch nicht. Mal gucken, werde mir auf jeden Fall ein geiles Teufels-Soundsystem kaufen. Also ich habe da halt schon ein bisschen was zusammengepackt in den letzten paar Monaten. Okay, Spaß beiseite. In den letzten paar Jahren. So dicke habe ich es dann leider doch nicht. Genau, in den letzten paar Jahren zusammengelegt und komme da halt auf eine süße kleine Summe. Wofür andere meiner Kollegen, also ich habe einen Kollegen, mit dem ich das machen werde, der dann halt kommt. Ähm, der ist auch irgendwas mit IIT, also der hat beruflich sehr viel mit Rechnern zu tun. Und mit dem zusammen machen wir das dann und dann wird halt die Entscheidung gefällt, ähm, bauen wir den selber zusammen oder lassen den zusammen bauen, weil wir haben da, äh, wir sind halt so, dass wir sagen, ähm, ja, Bruder, ähm, ja, so sagen wir dann halt, ne? Ne, Quatsch. Ähm, da verstehe ich ihn schon, dass er sagt so, dass er das dann halt ungern machen will, gerade weil so Preisklassen von 4.000 bis 5.000 Euro, muss ich ehrlich sagen, ey, Digga, verstehe ich voll und ganz. Machen wir so, macht dir da keinen Stress. Und bin ihm da halt auch nicht böse, dass er sagt so, ey, ich bin sogar recht froh, dass er das so sagt, dass er nicht so wie andere Leute sind, die das unbedingt mal machen wollen, weil es ja nicht ihr Geld ist, ist denen das ja scheißegal. Weil man erst halt wirklich schon so und sagt so, ey, ja, geile Idee, Bock auch vorhanden, aber noch nicht so oft gemacht, also Silenzium, ne? Ja, ich bin echt gespannt, das könnte ganz lustig werden, dann wollen wir halt, wenn wir den selber zusammen bauen, halt auch ein YouTube-Video davon machen und dann wird halt auch ein bisschen mehr mein neuer Gaming-Room gezeigt, weil da bin ich jetzt die ganze Zeit schon am Videos machen für und bin halt ehrlich gesagt noch nicht ganz so zufrieden, wie ich sein sollte. Aber gut, das ist halt so ein Privat-Ding von mir, weil ich da halt sehr penibel bin. Nicht so wie bei den Videos hier, die nehme ich auf und lade die hoch und denke mir nur so, what the fuck, also bitte, I don't care. So, wir haben, genau, wir waren in der letzten Folge dabei, dieses nette Schaltmodul, hier, Fertigungskonsole. Das Ding habe ich doch gesucht. Wirf ein Zertus-Quarz-Keim gemacht aus Zertus-Quarz-Staub und Sand in eine Pfütze. Geben wir hier unten mal Keim an. So, dann wäre hier schon der Zertus-Quarz-Keim. Das andere ist ein Netter-Quarz-Keim und Fluix-Keim. Herr Bruder, wie mache ich den? Ja, ganz normaler Zertus-Quarz-Staub und damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja, wir müssen bald mal dringendst wieder auf Erkundungstour, weil wir haben so gut wie gar keine Zertus-Quarz mehr. Habt ihr merkt, Spannungsbogen war nice und dann so, krass, krass, krass. So, ich brauche zwei davon, alles klar. Ach, fuck. Was mache ich denn hier, ey? Was ist denn Lois? Sehe hier runter, vier Keimer, kriege ich vier Dinger raus, finde ich ganz gut. Hier, das kann weg. Das kann auch weg. Da habe ich keinen Platz für. Guck mal, jetzt lagere ich diese komischen Ender-Perlen schon in verschiedenen Kisten. Was ist da los, ey? Okay, genau, unser netter, unser nettes Ladegerät liegt hier. Nice. Joa. Joa. Sagte ich schon Joa? Nee, dann ist gut. Joa. Ich habe gerade Nachtdienst-Turn, ne? Turn, 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 turn. Ist nicht so geil, wie sich es anhört. Ich habe jetzt noch drei Nächte vor mir. Zwei habe ich schon. Nice. Ich habe bis 12 Uhr gepennt, ey. Normalerweise penne ich immer nur bis 10, stehe dann auf. Leider ist mein Fitnessstudio gerade zu. Umbau, sagen sie zumindest. Nee, bauen wirklich um, sieht ganz cool aus, wie sie es neu machen, haben Bilder ausgegangen. Ja, leider zu wegen Umbau. Bis zum... Sechsten? Nee, bis zum... Achten. Das ist ein Wochenende, 10 Uhr. Ist 8 Uhr ein Wochenende? Ist auf jeden Fall zu. So, haben wir geklärt. Am 9. hätte ich wieder hingekonnt, aber... Ho, ho, ho. Oh. Nee, da ist ja Perle da, deswegen... Wisst ihr ja, ne? Perlen vor die Säure. Geht nicht. Nee, Quatsch. Ich lieb mein Frauchen. Jetzt schon, jetzt schon. Ist eine dufte Perle. Wenn ihr das Video sieht, boxt ihr mich wahrscheinlich wieder. Darf ich gar nicht sagen, dass meine Freundin mich schlägt. Nachher schickt dann immer die Bullen vorbei, weil er es glaubt. Der wird geschlagen. Das hat er öffentlich in seinem Video zugegeben. Und ich nur so... Ist richtig, Bruder. Ist richtig. Ähm, ey. Und wenn mich jemand fragen würde, wer in meiner Beziehung die Hosen dann hat? Ganz klar sie. Obwohl sie anderthalb Köpfe kleiner ist als ich. Aber ey. Da machst du nix, ne? Wenn die Kleine lauer wird, dann... Wenn sie das hört, wird sie schon sauer. Scheiße. Ich sag einfach, das Publikum hat mich gezwungen, das zu sagen. Ich hoffe, sie glaubt mir. Sie wird mir nicht glauben. Fuck. So. Wir sind jetzt schon echt ziemlich weit. Sag ich jetzt mal. Ähm. 15,24. Wir haben jetzt unsere Fertigungsanlage. Sehr, sehr gut. Cool, 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 cool. Leider haben wir nur kein Holz mehr. Ist hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Jo. Essenzbärbüsche. Super. Dann bringen wir als erstes Mal, würde ich spontan behaupten, meine Levels weg. 47, fast 48 Levels. So, wir brauchen ein von diesen Blöckchen. So, dann haben wir jetzt auch eigentlich schon alles, was wir brauchen, um uns die nächste... Äh, hier Dings zu bauen, das nächste Paddle. So. Nice. Weil jetzt habe ich, ups, falsche Taster. Jetzt habe ich die Option, in meinem, äh, in meinem, äh, in meiner Konsole, äh, einen Workbench zu haben und kann da drin gleich bauen. Das ist total praktisch, muss ich echt zugeben. So, wir werden mal gleich einen Aufzug bauen, den ersten, damit wir, ähm, nicht immer diese dämliche Treppending laufen müssen. Frage ist nur, wo setzen wir es hin. So, wir brauchen zwei Enderperlen und verdammt viel Wolle. Ja, also, für diese netten Aufzüge braucht man wirklich Unmengen an Wolle. Ich bezweifle irgendwie sehr stark, dass die Wolle, die ich habe, auch nur im Ansatz reichen wird. Ja, wird sie nicht. Weil, es reicht für einen. Warum die Dinger auch so scheiße teuer sind, ey, wirklich. Geht, morgen nicht. So, also, hier ist die Treppe. Würde ich spontan sagen, packen wir hier unseren Fahrstuhl hin. Zack. Gut, funktioniert jetzt nicht, weil... Ui, der ist echt ein bisschen doof gebaut, gerade sehe ich. Weil ich denn immer sofort in der Tür stehen würde. Ich geh mal zwei rüber, Bruder. Danke. Nicht weiß, Aufzug. Gut, da. Setzen wir den mal lieber hier hin. Dann sind wir hier auch ein bisschen zentraler. Wir stehen nicht direkt in der Tür, wenn wir da irgendwie mal was machen. Bruchstein. So. Nichtsdestotrotz wird der Bums wieder... Oh, ich Idiot. Ich vollkommen der Idiot. So. Zu. Dann ist die nächste Aufgabe. Ich brauche Wolle. Wolle, 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 Wolle. Wolle, 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 Wolle. So, jetzt müsste ich eh eine Wolle nochmal machen können. Oh, falsche Taste. Nee, falscher Tisch. Nicht falsche Taste. Taste war schon richtig. Der Tisch war falsch. Partybus wieder draußen. So, jetzt brauche ich für neun Stück brauche ich noch Dreier. Drück mal J. Nee, doch J. Wolle. Mal gucken, wo wir Wolle herbekommen. Ich glaube, hier waren Tiere. Hier diese... Die Viecher, die Mäh machen. Schafe. So, jetzt haben wir halt... Da sind nur Blümchen. Hier sind nur Küchen. So, wir brauchen insgesamt... Da ist schon mal ein Schaf. Sehr gut. Die müssen glücklicherweise auch nicht gleichfarbig sein. Die Farbe ist vollkommen Wumpe. Die Farbe ist Wumpe. Das ist mir ziemlich Pumpe. So, Wolle, 5. Ey. Nice. Fehlt noch dreimal Wolle. Ich wollte gerade sagen, hier ist dicke Schlucht, aber... Oh, und er springt da rein. Ist jetzt ein fucking ernst. 7. Da vorne. Oh, warte mal, nee. Da ist noch mal ein Schäfchen. Da muss ich nicht so ewig weit rennen. 7, 7, 7, 7, 7. Ey. Nicht weg. Soldat. Spinnst du? Digga, was ist da los? Ich würde sagen, weglaufen ist hier aber nicht, ne? Achte haben wir. Wo ist die Wolle? Alter, hat noch mal keine Wolle geklappt. Doch, geht. Jetzt haben wir neune. Jetzt kann man schon den zweiten Aufzug bauen. Und haben es dann gleich wesentlich einfacher. Haben es dann gleich wesentlich einfacher, um den ganzen Bums da zu machen. Machen wir jetzt erstmal den Fahrstuhl fertig. Danach beenden wir die Folge. Weil ich wollte die Folgen jetzt alle so ein bisschen kürzer halten. Nicht mehr so 22 Minuten, sondern so gute 15 Minuten. Damit kann ich leben. Oh. Ich habe mich selber verrechnet. Ich brauchte nicht neun, ich brauchte acht. Super. Genau, ich habe jetzt überlegt, die Folgen einfach alle ein bisschen kürzer zu halten. Der hier müsste das sein. Ich mache nicht genau, die Folgen alle so auf 15 Minuten zu halten. Perfekt. Funktioniert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Die Folge neu. Sorry. Ich muss das noch meinen Gedankengang sortieren. Die Folge ein bisschen kürzer zu halten, damit wir das ein bisschen länger ziehen können. Weil es macht mir momentan wieder verdammt viel Spaß. Und läuft. Das war jetzt eine Anekdote an meinem kleinen Bruder. Joa. Alle klar. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Cheerio. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.